Ja Mensch, der Kalimo ist wieder da. Ich habe meine Prüfung hinter mir, denn ich bin derjenige gewesen, der so die ersten drei Termine hatte, die überhaupt möglich waren. Ich habe letzte Woche Donnerstag Deutsch geschrieben, dann Bio am Freitag und am Montag PGW, also Politik, Gesellschaft, Wirtschaft. Und jetzt bin ich damit mit den schriftlichen Prüfungen durch und habe jetzt erstmal bis irgendwann Anfang Juni einfach so nichts zu tun. Und deswegen bin ich jetzt wieder da und dementsprechend kann ich wieder Sachen aufnehmen für euch. Und jetzt ist einfach die Frage an euch, welches der bestehenden Projekte momentan wollt ihr denn jetzt als erstes wiedersehen? Schreibt es mir mal in die Kommentare, dann richte ich mich danach nämlich aus, was ich dann im Laufe dieses Tages, also heute am Dienstag, so aufnehmen werde. Mal sehen, vielleicht auch erst Mittwoch. Aber ich werde mich dann daran orientieren, was ihr am meisten wünscht und das kriegt ihr dann auch als erstes. So, das wäre es von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß und äh, ciao.